Hi, also wie von euch gewünscht schicke ich euch jetzt noch das Video Wrecking Ball von Miley Cyrus zu. Ich entschuldige mich vorab schon mal für die miese Videoqualität und Soundqualität. Ich habe leider momentan keine andere Möglichkeit als mit dieser tollen Microsoft Webcam das Video aufzunehmen. Ich hoffe ihr seid kulant und drückt beide Augen zu. Also wie eben schon erwähnt, Miley Cyrus Wrecking Ball. Es ist eine Piano Version aus YouTube. Wir sind eine Piano Version. 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 Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören, egal ob es positiv oder negativ ist. Ich bedanke mich schon mal vorne rein wirklich für eure positive Kommunikation mit dem Telefonieren und alles und es war echt klasse. Und jetzt habe ich genug geschwabelt. Also, ich hoffe es gefällt euch und ich freue mich von euch zu hören. Bis dann. Ciao.